Hilft Omega 3 bei Schuppenflechte? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen und ich kann es dir gleich vorneweg sagen, Omega 3 Fettsäuren, das ist ein essentieller Bestandteil dabei, um die Symptome deiner Schuppenflechte in irgendeiner Form zu lindern. Sei es durch Olivenöl, weil du es dir auf deine Kopfhaut einreibst, so wie ich das damals gemacht habe. Ich habe das immer vorm Schlafen gehen, habe ich mir immer den Kopf mit Olivenöl eingerieben, habe dann ein Frottehandtuch drum gemacht und habe dann das über Nacht einziehen lassen. Ich habe dann immer abends noch auf der Couch vorher nochmal so ein bisschen Paranüsse oder sowas gegessen, weil es halt viel Zink enthält und so habe ich das gemacht und habe gemerkt, dass dadurch die Schuppen weicher geworden sind, meine Kopfhaut ist geschmeidiger geworden und der Juckreiz ist vor allem zurückgegangen, weil einfach im Olivenöl verschiedene Stoffe enthalten sind, die entzündungshemmend wirken. Und da gibt es ja noch verschiedene andere Quellen für Omega 3. Man muss auch fairerweise bei Olivenöl dazu sagen, es hat vor allem diese sogenannte Omega 9 Fettsäure und das ist im Endeffekt eigentlich nur Ölsäure. Es gibt andere gute Quellen für Omega 3, sowas wie zum Beispiel auch hier Makrele zum Beispiel oder Lachs oder Hering oder Forelle ist auch sehr gut, wo auch im Übrigen Vitamin D enthalten ist. Und dann gibt es auch zum Beispiel Leinöl als sehr gute Quelle. Das empfiehlt sich auch, weil du hier einfach sogenannte, ich habe jetzt vergessen wie die Säure heißt, jedenfalls wird aus dieser Säure dann im Körper selbst DHA und EPA hergestellt. Also DHA, das ist diese Doxohexaeensäure oder wie das heißt und EPA, das ist die Eicosapentaeensäure und die sind notwendig, um Zellschutz zu gewährleisten, weil letzten Endes ist unser Körper einfach nur ein Verbund aus Zellen und dieser Genteil, also dieser Zellkern, da ist einfach nur die Information, der Bauplan, ob dann aus dir ein Mensch wird, der 1,95 Meter wird und keine Ahnung, genetisch bedingt einfach Waden wie so ein Gladiator hat oder ob du halt eher so ein zierlicher kleiner Mensch bist, der halt irgendwie voll die Brainpower hat. Das ist im Endeffekt alles, das ist der Unterschied, aber was wir alle gemeinsam haben, sind, dass wir aus Zellen bestehen, aus verschiedensten Zellen und jede dieser Zelle hat eine sogenannte Membran und diese Membran kannst du dir mal bildlich gesprochen vorstellen wie eine Zollgrenze, die ganz genau kontrolliert, wen sie reinlässt, wen sie nicht reinlässt und wann sie sozusagen Alarm schlägt und die weißen Blutkörperchen mit aufs Spiel holt, mit ins Boot holt, um zum Beispiel Erreger, Bakterien und so weiter abzuwehren. Und bei dieser Zellmembran, bei dieser Zollgrenze gibt es einfach verschiedene Einfahrten, das ist hochinteressant, wenn du an eine Grenze fährst, hast du ja, keine Ahnung, Grenzgang 1 bis 10 und dann hast du noch den Diplomatenzugang, dann hast du noch für Lkw und für Wohnmobile und überhaupt und so gibt es für sämtliche Nährstoffe, die wir haben, immer verschiedene Kanäle. Es gibt zum Beispiel, wenn du salzig isst, einen sogenannten Natriumkanal, wenn mich nicht alles täuscht, der wird nur dann aufgemacht, wenn einfach die Zelle sieht, okay, Natrium, Kalium ist vorhanden, da entsteht ja eine gewisse Spannung, eine elektrische Spannung, da geht die Zelle auf. Und jetzt, um zurückzukommen, inwieweit Omega 3 dabei hilft, die Schuppenpflichte zu verbessern. Es hemmt einfach Entzündungen. Es führt dazu, dass deine Haut geschmeidiger wird, dein Hormonhaushalt wird dadurch besser, weil Fett einfach eine sehr gute Energiequelle ist. Ich meine, dass 20% der Energie, die wir verbrauchen, im Gehirn stattfindet und Fett ist einfach eine sehr gute Quelle, um hier auch entsprechend Wohlbefinden herbeizuführen und auch ein bisschen diesen Stimmungsschwankungen entgegenzuwirken, weil du brauchst Fett auch als Ausgangsstoff, damit dein Körper Hormone produzieren kann. Das ist auch so ein Punkt nur nebenbei. Jedenfalls ist es so, der Hauptgrund, warum Omega 3 hilft bei Schuppenflechte, das ist, weil es den sogenannten oxidativen Stress reduziert. Du kannst dir Omega 3 vorstellen wie Baumaterial oder wie neue Wandfarbe oder wie einfach irgendein Material, was notwendig ist, damit diese Zollgrenze immer in Schuss bleibt, damit alles schön ausschaut, damit nichts rissig ist, damit quasi auch der Zaun immer gut erhalten bleibt, damit niemand durchbrechen kann. Und wenn das der Fall ist, dann haben freie Radikale ein schwierigeres Spiel, in dein Zellinneres zu gelangen, um dort Schaden anzurichten. Weil genau hier kommen wir zu dem Kernproblem bei uns Leuten mit Schuppenflechte. Wir haben ein höheres Maß an freien Radikalen und wir sind quasi einem höheren Maß an oxidativen Stress ausgesetzt. Und das ist ein großes Problem, weil oxidativer Stress, der lässt uns schneller altern. Also auch wenn wir rauchen, dann nimmst du irgendwie, ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, es klingt aber sehr extrem. Mit einem Zug einer Zigarette nimmst du ungefähr eine Billionen freie Radikale auf. Das ist voll crazy, das ist halt voll extrem. Ob das stimmt, sei jetzt mal dahingestellt, weiß ich nicht, aber Alkohol zum Beispiel, das ist auch oxidativer Stress. Wenn du dir psychischen Stress machst, wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die Stress in dir verursachen, weil du sie nicht leiden kannst, weil du dich mit ihnen nicht verstehst oder weil sie dich terrorisieren, was auch immer. Das ist auch oxidativer Stress. Schlechte Ernährung ist oxidativer Stress. Oxidativer Stress entsteht, wenn du Bewegungsmangel hast. Wenn du Musik hörst, die dich in negative Stimmung versetzt, keine Ahnung, weil du vielleicht süchtig bist nach dieser Stimmung oder sowas. Im Endeffekt ist unser Körper ja auch nur ein Pool an Emotionen, der immer in so einem Kreislauf sich dreht und der Körper wird süchtig danach. Und Omega 3 ist letzten Endes einfach hilfreich dabei, Zellschutz zu gewährleisten. Es lässt dich langsamer altern. Es macht deine Haut geschmeidiger, es macht dein Hautbild geschmeidiger. Und in dem Sinne, ob das jetzt Chiasamen sind, ob das Olivenöl ist, ob das Rapsöl ist, ob das, was gibt es noch, Makrele, also die ganzen Fischsorten, die sind auch sehr stark Omega 3 haltig. Da machst du mehr oder weniger nichts falsch. Jetzt weißt du ja vor allem, was wichtig ist für deinen Zellschutz. Also du weißt jetzt, dass Omega 3 eine wichtige Rolle spielt bei Schuppenflechte, es hilft dabei, so ein Stück weit die Symptome der Schuppenflechte runterzureduzieren. Ich habe damals die Erfahrung gemacht, dass dadurch vor allem mein Hautbild, also meine Haut ist geschmeidiger geworden. Und ja, die Plaques, die sind ein bisschen zurückgegangen. Es ist ein bisschen abgeklungen, es war weniger Rötung da, weniger Schwellung. Das war der Fall, es war weniger Spannung da. Ja, so ganz geholfen hat es dann auch nicht. Es ist aber eine nette Unterstützung, es ist quasi nice to have. Ich habe es vorhin angesprochen, freie Radikale. Und da brauchst du ein höheres Maß an Antioxidantien. Denn neben Omega 3, was ja auf jeden Fall ein Stück weit hilft bei Schuppenflechte, helfen auch Heidelbeeren. Und dazu habe ich dir dieses Video gemacht. Schau dir das gleich mal an, denn da erfährst du mal ein paar Vorteile zu Heidelbeeren. Heidelbeeren, also unter der Klasse, unter dem Reiter, unter dieser Thematik Antioxidantien. Und dann verstehst du auch ein Stück weit, warum die Kombination aus zum Beispiel Omega-3-haltigen Sachen, aber auch eben zum Beispiel Heidelbeeren eine sinnvolle Kombination darstellt. Wir sehen uns.